Laufst du das Band? Ja, ja, das. Dann los ich an. Tag, Hermann. Tag, Carolin. Tag, lef, lügschau zu uns und ungerwes. Schön, dass du da sitzt. Sarens Hermann, wann haben wir ähnlich mit dem Potklav angefangen? Oh, ich meine, dass wir im Frühjahr, so im April gewesen sind. In diesem Jahr, versteht sich. Willst du jetzt als Geburtstag für Ihre auf, worum freust du? Du meinst Geburtstag vom Potklav? Ja. Nee, nee, das ist noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen verarbeiten. Aber, wenn du siehst, im April, dann ist es ja nicht so schlimm. Wir haben nämlich das Wichtigste vergessen. Denn Napoleon ist dieses Jahr 200 Jahre tot. Im Mai. Am 5. Mai ist er gestorben. Da hätten wir ja eigentlich direkt auch eine Potklav und machen müssen. Aber da waren wir noch komplett neu, dann ist das vielleicht nicht so schlimm. Also, ich meine, die können da nicht liegen und andere sagen, der war eine dolle Kerl. Aber ein bisschen darüber sprechen, ich möchte mal hier doch. Ja, was vielleicht interessant ist, der war genauso klein, wie ich bin. Könnte alle hören, wie klein ich bin. Du meinst, das war nicht rund für eine Kölsche Potklav. Du, der war immer viel dicker wie du. Ich bin ja auch nicht dick. Also, da verwahre ich mich drauf. Ja, sag ich doch. Also, jedenfalls, auf dick oder nicht, über der Napoleon, sind nie wie tausend Bücher geschreven worden. Hermann, das, auf du dick oder dünn bist, das schaffst du nicht mehr. Ne, das habe ich auch nicht für. Man fällt ja auch nicht so viel in, wie der Napoleon verbrochen hat. Kann ich ja nicht erfinden. Also, das ist ein ganz großes Thema. Die Kölsche und die Franzose, das war ja ganz wichtig, dass der Napoleon hier Influß kriege hat. Wann es denn nicht hier jaufe hat, dann würde das in Köln alles ganz anders hier laufen. Auf schon sind nur 20 Jahre, wo die Franzose hier war. Also, das ist jedenfalls wichtig vom Napoleon für und Norsingem dort. Also, das mit dem Dude von Napoleon schinkt dich doch, Arscher zu jöcken und zu bewegen, ne? Das ist ja auch echt mysteriös. Also, der ist, äh, der ist ja ob Sankt Helena gewesen. Ich hab mir das jetzt angehört. Das ist ja so weit weg, ich dachte, das würde gut hängen an der Kanarischen Insel. Das ist, also, wenn du von da aus von Sankt Helena schwimmst, das ist in Angola. Also, das ist richtig weg, fort von Sankt Helena, Frankreich. Und er muss ja erste Liede haben. Und man weiß, bis hügt nicht, woran der gestorfen ist. Und deshalb wird es ja eh recht interessant. Also, das heißt, ob eine natürliche Art und Weise, äh, ist er nicht gestorfen. Ja, man weiß es nicht. Das ist die Frage. Also, am Tag da noch waren direkt acht Ärzte unsere um die Licht und haben das ungesucht. Und es war, er war verboten, zu sagen, dass das mit dem Klima jetzt zu tun haben können, dass er gestorfen ist. Das war ja, wäre ja dann von den Engländern gewesen. Die haben den ja dahin geschickt. Und dann, wann der da dran gestorfen war, an dem Klima war und sind ja schuld gewesen. Also durften wir das nicht schreiben. Und, äh, man weiß es nicht. Sie haben den Russen gefangen, der hat zwar fettig. Und der Mare war voll geschwören, er war, ob der da dran gestorfen ist. Man weiß es nicht. Ja, das hätte ich ja auch noch, ähm, Herr Wöpfer-Jiff wurde. Ja, ja, das. Immer wieder sagt man das. Wurde dann irgendwie mal letztlich. Also, ich meine, er hätte sich irgendwie schlecht gefühlt oder so. Man weiß es nicht. Das geht von 1814, also ein ganz lange Zeit noch, dass er gestorfen ist, dass er doch geräumt ist. Das Sankt Helena ist ja klein, aber er war mit dem Paet Ungerwes und soll ganz wild geräumt sind. Und dann, hey, schon etwa 1816, soll er drastisch schlechter geworden sind. Aha. Und wie ist der Verzähl mit dem Jiff abgekommen? Wer hat das das erste Mal den Verdacht gemerkt? Also, er hat hier den Lok von seinem Haar, und das haben sie Unger gesagt. Und da haben sie das Jiff drin gefangen. Ach, dann war der, also der Napoleon doch verhaftig, und Mann, und die, die, das Jiff hat sie gefangen an, in der Haare, das war vom Napoleon, woher will man das da wissen? Du meinst, dass das Haar vom Napoleon war? Ja. Du bist ja richtig kriminalistisch, Trupp. Genau. Das ist auch wichtig. Sie haben noch mich gehört, was auch von Napoleon gewesen sein soll. Und da drin haben sie das auch gefangen. Was haben sie gefangen? Das auch sehen. Und man weiß aber nicht, ob das alles von Napoleon ist. Also, es ist einfach sicher, dass es von einem eines hier Mensch war. Und wieso sollen die, all die Gehörscher da abheben, wann das nicht von einem Prominente gewesen ist? Also, das spricht dann doch wieder dafür, dass es von Napoleon war. Das löschte ihn. Also, da geht es dann auch, welche, die sagen, dass wir von der Tapete gekommen sind. Also, dass in der Tapete das Arsen drin war, und er hätte ihn geordnet, und dann kommt er ins Dorf. Aber dann sagen die Wissenschaftler wieder, wann das in der Tapete gewesen wäre, dann würde es mineralisch Arsen sein. Aber sie haben Organisches gefangen, und das ist alles spannend wie eine Krimi. Also, vielleicht haben sie ihn ja verhaftet, für Jiff. Ja, also, das heißt hier, das ist ja schlimm. Ja, das geht hin und her. Also, für der Marekrebs steht ja spreche, dass er am Eng echt dünn geworden ist. Und für das Arsen spricht, dass er am Eng ganz schlechte Haut hat. Oh, schlechte Haut? Dann hat ich am Eng auch Arsen im Lief, wa? Du, und Arsen im Lief, das löw ich nicht. Dazu bist du doch viel zu erled. Ich löw mir dun das Problem nicht löse. Ja, wir haben doch jetzt besser vom Napoleon nach Köln. Der ist ja schließlich hergeweise. Ja, das kann man so sagen. Und erst kamen sich abgerissene Soldaten. Das war ganz schlimm. Da kamen ungem Strich an der 12.000 Soldaten. Und die morden all von 40.000 Kölnern, die da wohnen, die Kölnchen ungehalten werden. Mit Essen, mit Kledasch. Die kommen ja an, die strömende Beine gewickelt. Der eine gröner Rock, der andere ein blauer Rock. Der eine hat einen Mütz und der eine eine Zachabel, also einen Säbel. Und der andere hat keine Säbel. Also, wenn ich mir das so für stelle, dass jeder herrlich, dass Jöfe herrlich gemeldet, wie die Affairisse ankommen. Und dann wollten sie auch noch ihre Wohnung rühmen, damit die Soldaten nicht im Zelt wohnen. Ob das Zelt kommen, muss ich noch zu sprechen. Und ja, das war ein ganz schlimmer Zieg. Die wollten ja so ja noch Stürbezahlen, also die Kontributionen. Und da haben sie natürlich protestiert. Da haben sie extra der Wahlraff für noch Paris geschickt. Hätten so eine Schriftstorbe, dass sie das nicht wollten, dass das sie hat würden. Und was kommen da bei den Russen? Sie sollten sich zufrieden haben, damit sie möchten schließlich weniger bezahlen wie andere, weil die Kölnchen so lief waren mit den Soldaten. Aber so kommen, dass 18, was hatten wir gesagt, 1794, das erste Mal, nach ungefähr 900 Jahren, Köln nicht mehr selbstständig war, er war erobert worden. Ja, und das erste, was sie dann nur dem, ja, kulturmäßig gedonnen haben, sie haben alles ihr Rafe, was gut war, und nach Paris in ihr Museum geschleift. Da war als erstes das Bild von der Kreuzigung von Petrus, was der Robens extra für seine Pfarrei, für Sankt Peter, gemalt hat. Und das war bis nach Frankreich gedrungen, der Rob, dass das jetzt besonders war. Und das war dann 1814, ich riefe jetzt viel, also 20 oder noch, das erste, was dann, weil die Franzosen da ja russische Wippfote sind, was sie aus Frankreich wieder russische Köln geholt haben. Und wo man Gott sei Dank hügt noch Hand. Also, das hört sich jetzt immer ganz fies an, sie haben das Allmädchen, aber das stimmt ja. Aber die haben so jode Sache gemacht für Köln. Also, es soll doch mal so drecklich gewesen sein, ob die Straße. Die Dere drüste, wie der Napoleon zu besögen, wollten sie so, ja, die Vierke von der Straße nehmen, damit die dem nicht über der Wege laufen sind. Und jetzt war es gefährlich, ob die Straße, und da haben die Franzosen sehr viel gearbeitet, das hat nicht so war. Also, es muss sehr chaotisch gewesen sein. Die Aufnahme für die Straße, aber nicht jede Straße hätte einen Namen gehabt. Und nummeriert haben sie die auch nicht. Und manchmal zwei, vier, sechs, und manchmal eins, zwei, drei, also ganz durch und hin. Und die Franzosen haben dann einfach durchnummeriert. Und der Rest davon ist uns geblieben. Man kennt ja das Haus mit dem Ort der Köln, das ist auch schön französisch, vom Mühlens, mit dem 47-11. Das ist auch aus der Franzose zig geblieben. Und was sie sonst noch jodes gemacht haben, das war dazu auch die Protestante in der Stadtrat gelossen haben. Das war echt überfällig. Ja, da hast du recht, da hast du viel Judes jetzt verzahlt, was ja auch stimmt. Ever, ever, das will ich dir sagen. Wenn ich da mal ausgelebt hätte, hätte ich aber erst gekriegt. Warum? 1795, also ein Jahr, nachdem sie in der Köln besetzt haben, bis 1803, also acht Jahre lang, haben sie doch in Köln da fast ein Laufenverbot, gestellte das für, das war dann irgendwie ungeheuerlich, das war so eine Rebellion aus. Und ich, die Preußen, die haben uns dann wieder 1823, das war also, ja, wo hat wieder, ach ja, nachdem die Franzose 1815 in den Russen geschmissen wurden, haben dann die Köln mit den Preußen das festordnende Komitee für das fast laufend gemacht. Das heißt, in zwei Jahren haben wir wieder ein Jubiläum und können das führen. Das ist ja das Festkomitee von Hüge. Ja, das hast du erst gut gesagt. Also, es war ja erst gar nicht klar, ob man jetzt, was das für eine Staat war, ob es eine eigene Staat geben sollte, oder ob Köln irgendwie, und dann vor allem wie, zu Frankreich gehören sollte. Und das ist doch bei Russen gekommen. 1797 wurde dann fast geladen, es war eine Teil von Frankreich. Und das war dann ob der Grenz. Der Ring wurde die Grenz und wir waren hier alle Franzose. Und dann hat sich alles geändert. Es war kein Feudalismus mehr, ähnlich war dann das Mittelalter, ich am Eng. Sie waren ungefähr alle gelich. Ich sage ungefähr, weil die Frau Lüge natürlich doch nicht gelich war und die Frau, wenn sie verheiratet war, dann doch wieder unter dem Schlufe von dem Mann gestanden. Er wurde ja auf Religionsfreiheit und der evangelische und der katholische hatten die jüdische Rechte. Ja, und das hat auch noch der Franzose gemacht, die Antoniterkirche auf der Schilderjahrs. Die haben die Franzose dann den evangelischen zugesprochen. Das war ja auch überfällig, auch was sie für die Jüde gedonnen haben. Die hatten sie ja 14,54 verdriffen. Und wie der Napoleon dann hier war, da konnten sie wiederkommen und haben ein neues Haus für die Jüde. Das frühere Kloster von der Klarisse hat dann die Jüde geholt, in der Glocke. Und haben noch ganz viele andere Sachen, die gut war. Haben die moderne Stadtverwaltung, und wenn einer gehiratet hat oder ein Kind war geboren oder einer ist gestorben, das muss man da melden. Nicht mehr nur beim Pastor, er war bei der Stadtverwaltung, also genau wie Hück. Und dann haben sie die Rechte und die Verwaltung getrennt und haben der Code Napoleon hier hingeführt. Das war ganz wichtig und das ist ja bis in den 1960er Jahren noch gültig gewesen, menschliche Sache da drüben. Und dann das große Stichwort Säkularisation. Ich habe mir direkt so ein Läs gemacht. Also sie haben die ganzen Gebäude, die nicht unbedingt nötig waren, wie die Kirche für den Sonntag, haben sie enteignet. Das heißt, das hätte im Staat geholt und dann haben sie es verkauft. Dann hätten sie doch mal erzählen, das hätten die Jüder gekauft oder die Protestante und das stimmt nicht. Das mieten sie an die Katholiken selbst gekauft. Dann Säkularisation der Pastor, durften nicht mehr sich lange Blute eintrecken und sie konnten auch keine Prozession mehr machen, das war natürlich hart für die Kirche. Und die Begriffnisse waren auch nicht mehr bei der Kirche oder in der Kirche oder in der Nöde von der Kirche. Alles außerhalb von der Stadt und da haben sie in dem Zusammenhang mal Leute aufgemacht. 1810 ging das los. Und der Dom wurde ein Einfachkirch. Also das war nichts Besonderes. Und der war ja auch noch nicht fertig, aber trotzdem, da kann man sich ja nicht vorstellen, Einfaches Fahrkirch. Dann haben sie das Bistum auch neu gemacht und es gab nur noch vier Gemeinden. Das war Maria im Kapitol, Zin Peter, Zin Klomme, was höch Kolumba heißt und eben der Dom. Also beinahe so stand wie höch, wenn man so will. Ja, und wie haben die Kirche das gefunden? Also ich habe es gelesen in dem Buch von Karl Dietmar und Werner Jung. Die sagen so ganz höch, sie waren anpassungsfähig. Das ist schön gesagt. Also es heißt, das beim ersten Mal, wo der Napoleon hier war, das ist dann altgerauf, wie wir Lempereur. Wann war das? 1804. Aha. Also haben sie fluggeriert und haben das auch schön gefangen. Und auch der Franz Wallraff, der ist inzwischen auch ein gewesen, der der Kaiser verirrt hat. Aha. Ja, und wenn ich das richtig behalte haben, das habe ich jedes Jahr am 15. August, da wurde das Fest des Heiligen Napoleon geführt, mit einem Imzuch. Genauso am 6. Dezember, da haben sie zum Vierer Tag gemacht, für die Krönung des Kaisers Napoleon. Das war ja echt raffiniert. Ja, das hat ja nur geduld, bis 1814, bis die Franzosen in der Furt gedroht an, dass die Russischkolle kommen. Dann kommen ja die Preußen. Er wollte seine Hande probieren mit dem Vierer. Und wann sie eine Umzug machen, das gefällt doch, der Kölsch. Also war nicht schlecht, so von der Strategie. Der Napoleon hätte ja auch ein bisschen Mitleid gehabt. Man hätte erzählen, dass der noch uns gekommen ist, 1811, und dann ist er ihn danach durch die Straße getrocknet und hätte sich verstochen und hätte dann das ganze Elend in der Stadt gesehen und die Sache, dass er dann ganz viel davon übernommen hat, was der ganze Empfang gekostet hat. Also kann man verstanden, dass sie das dann auch schön gefangen haben. Jetzt haben wir euch viel von der Franzose in Köln erzählt. Die sind ja 1814 fortgegangen und 1815 wurde das alles neu geordnet im Wiener Kongress. Und ob das dann besser wurde, ich weiß es nicht. Dann kam Köln an die Preußen und da möchte man eigentlich auch uns jetzt länger von erzählen. Das heißt jedenfalls, wir Kölsch hätten einen armen Mariage gemacht. Der Bankier Schaffhausen, der soll den Satz gesagt haben, der könnte ja auch besser Kölsch wie Hochdeutsch, das nur so nebenbei. Und bestimmt besser Kölsch wie Französisch. Ja, auch das. Ja, etwa von der Preußen, das ist ein extra Verzähl. Man könnte jetzt eigentlich nahtlos öffnen. Das wird kölsch. Der Sprachkurs muss ja eigentlich jetzt Französisch sein. Aber keine Angst, es ist ganz einfach. Ja, also Fell wird, die wirklich, wo man direkt hört, dass es aus dem Französischen kommt, ein Trottoir. Manche sagen ja auch, Bürgersteig dafür. Ja, das klingt nur ein bisschen Kölsch, ist aber auch kein Kölsch. Oder der Plafond für den Deck. Wer weiß natürlich noch, ich weiß es nicht. Der Paraplu ist klar, das ist der Schirmschlöff, das ist noch bekannt. Und der Para soll, soll die Sonne, also der Sonnenschirm, gut aus dem Französischen. Oder estimiere, schätzen, wertschätzen. Also streng genommen, gut aus dem Latin. Aber das haben die Franzosen dann für uns gehört und wir haben das übernommen. Dann geht es andere Wörter, die sind auch französisch, aber die werden so Kölsch ausgesprochen, dass man normalerweise, wenn man eine Frau redet, ja nicht zur Antwort kriegt, dass das französisch ist. Also für ein Beispiel, Etage, oder Blamage, oder auch der Kamelle, oder was ob Kölsch der Wirsing ist, ist der Chavou. Dann geht es auch der Name, das heißt eigentlich Jean. Und da haben die Kölscher dann Schengdruß gemacht und keiner sagt, dass das französisch wird. Genauso, wenn einer ein bisschen sich nicht traut, irgendetwas zu machen, dann ist das schinant. Das gehört auch von Jean-Anne, französisch. Er würde mir zu wissen, das ja nicht mehr. Und so, ja, das Wort für die Kinder, depends, ist ähnlich französisch. Das ist enfant, also ähnlich ist es, wie du eben gesagt hast, ist es latin, infanz ist so ein Pütsche, was noch nicht sprechen geht. Und das An vom Enfant haben sie einfach fortgelassen und dann sind die Pens drüssig geworden. Und manchmal geht man noch höre von der Arle Kölscher, die sagen, für ein Kind, der fand. Ja, so, das war jetzt ein bisschen aus der Lamein. Und da sind wir halt wieder beim Französischen, also so aus dem Ärmel geschaut, heißt das dann. So Redewendungen, die sind schön, da geht es ja auch die Redewendung, Herr Mäht, singe Basel le Manis. Das hört sich auch ein bisschen fremdländisch an, wenn man genau hinlut, ist es bei sie le man, also der Hengbütze. Und einer, der singe Basel le Manis, Mäht, Mäht so Onörche, das ist auch wieder französisch, also der beim Begröße irgendwie so jetzt Finges und Freundliches sagen, für ein Jahr der Atmosphäre umzubringen. Ja, da fällt man in, was manche, also unmöglich, ich sage, angeblich, war bei der französischen Besatzung von 1794 bis 1814, wir hätten die Franzose gesagt, wie sie thematent, also besuch mein Zelt, das ist vollkommener Stütz. Keine Franzose hat im Zelt gewohnt, die haben die Leute aus der Wohnung getreffen und haben sich in der Wohnung niedergesatzt. Der Professor Greife hat seinen Studenten in Nordlore gelassen und die haben den Russen gefangen, dass die Patent ist, also das Vizem Patent her und das ist also nichts anderes wie ja wie sehr Patent ist, wo hast die Dinge Ausweis. Aber der Verzähl ist schade ist so schön wie sie thema tornt ist romantisch also ist richtig für und dann den einfach mit der Wissenschaft strichen Aber jetzt diskutieren also schönste französische wort was man in Köln hat nach mingem Geschmack das ist ja nicht französisch also auch wer kein französisch spreche der kennt det ja man seht man hat déjà vu erlebnis hat man hat das gefühl man hat jetzt als gesinn oder irgendjett ist perdu also die ganze Wörter ob ü abhören wie je jesse geholfe und so jetzt ist alles immer mit ü und so geht dann auch das schöne französische Wort irgendjett oder irgendwe ist fort du also das heißt normalerweise der ist fort aber fort ich auch hing aber wenn man dann so für nimmt ist fort du seht wie der ostermann sing der dem schmitzing frau ist durchgebrannt se ist fort du das ist doch so elejant und so für ne ja so können die franzuse räuch von ne von uns ne sind ja nicht so aber das werden sie nicht tun also das letzte pass ja ja da dann tschüss ne damit sie mal wieder bei der franzose das heißt ja ähnlich adieu also zu gott und dat ist geblüffet dat tschüss menschen sagen höch auch tschau aber so raffiniert haben wir der sprachkurs ja noch nie an den eng gebrannt ja also lef löscher alles was mir ich wünsche für die nächste zwei woche sticht da drin in dem adieu also sagen mal von hetze tschöö 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 tschöö